Hallo, ich bin Bahnes und ich gehe in die Klasse 11b der DISD und heute beantworte ich euch die Frage, ob es im Ramadan ein besonderes Gebet gibt. Im Monat Ramadan gibt es ca. zwei Stunden nach dem Abendgebet ein besonderes Gebet, das Tarawih-Gebet, das ein bisschen länger als die anderen Gebete dauert. Viele Muslime gehen dann in die Gebetsräume der verschiedenen Moscheen und beten gemeinsam und sitzen dann normalerweise ein bisschen zusammen oder lesen den Koran. Aber wie sieht das dieses Jahr mit Corona aus? Das werden wir im nächsten Video sehen. Bis bald und Ramadan Kerim!